Hallo, hallo, willkommen zu eurer wöchentlicher Dosis, wöchentlicher Dosis, gleich versprochen zu Beginn, Storm Pians, Pians Radio. Mit dabei, mit mir wieder Sven. Grüße. Und ich, Thomas. Und die Woche dachten wir uns, es war jetzt nicht wirklich was Geiles in den News, wo sich eine ganze Podcast-Folge ausgezahlt hätte, wären es wahrscheinlich so fünf Minuten gewesen. Ja. Darum reden wir heute über unsere liebsten Anime. Ja. Die wir so auf Lager haben, weil, warum nicht? Jeder mag Anime, glaube ich. Vor allen Dingen, und jetzt in der Zeit, wo man zu Hause bleiben soll, muss man sich auch irgendwie die Zeit vertreiben. Apropos, wo man zu Hause bleiben soll, ne? Und ich habe es dir ja gerade kurz erzählt und, also wir beschränken uns hier auf die diversen Streaming-Dienste wie Amazon, Netflix, das war es ja schon, glaube ich, äh, nein, es gibt natürlich, was gibt es denn, Crunchyroll? Ja, Crunchyroll und so, da findest du auch das eine oder andere. Aber das habe ich alles nicht. Also ich habe nur Netflix und Amazon, reicht mir auch in der Regel. Und ich dachte mir, als die Ausgangsbeschränkung anfing, oh, schaust du dir halt mal wieder Digimon an auf Amazon. Ja, geschissen. Ja, auf einmal. Wobei, die Filme kannst du noch sehen, ne? Hier dieses Digimon Trial. Ja, okay, die sind cool, aber eigentlich wollte ich mir einfach die ersten zwei Staffeln wollte ich mir anschauen. Ich wollte mir tatsächlich Tamers nochmal geben, aber ... Oh, Tamers mag ich auch sehr gern. Das ist ziemlich cool. Ja, guck mal, da haben wir doch schon mal den ersten Anime. Wenn ihr ihn irgendwo findet, guckt Digimon. Ja, aber nur bis zur ... Also, wenn ihr es cool haben wollt, dann nur die ersten zwei Teile. Na. Semicool ist dann der dritte und ab dem vierten kannst du es sowieso wegwerfen. Was war denn mit der vierten Nummer? Also, die ersten zwei ist klar, ne? Erst ist Tai, dann Davis und dann kommt ja Takato, also Tamers. Das ist halt so ... Die drei sind doch voll gut, Mann. Also, die ersten zwei mag ich am liebsten. Die dritte, die Tamers, die mag ich eher so mäßig, aber die ist auch noch irgendwie cool. Aber danach Frontier, eh. Oh, Frontier. Aber ich hab Frontier gerne geguckt. Ich muss mich mal ganz kurz outen. Ich hab das sehr gerne geguckt. Aber ich verstehe, warum man es scheiße findet. Ich verstehe es nicht. Ich fühle es. Ich fühle es halt. Es ist halt einfach nicht mehr wirklich Digimon, ne? Es ist halt Power Rangers mit Digimon. Ach, ja. Und wenn ich Power Rangers sehen will, dann schaue ich halt Power Rangers und nicht Digimon. Das ist ja das Thema. Ja. Ich hab kein Problem mit den Power Rangers, ne? Also ... Hallo, wer hat Probleme mit Power Rangers? Außer vielleicht Zordon. Äh, gar nicht Zordon, nicht. Wie heißt der nochmal? Lord Zed. Rita, Rita. Rita mag ich nicht. Die war mir zu hysterisch. Aber Lord Zed war cool. Er war ein riesiges Gehirn. Der war irgendwie wie Schredder, oder? Ja, irgendwie komisch war der. Der war so eine Fusion zwischen Schredder und Craig. Oh, den soll es jetzt nicht gehen hier. Ja, was hast du denn noch auf Lager? Also, ich habe ja gleich jetzt mal gedroppt ein Animes, also Animes, die ich mir gerne anschaue. Oder gehen wir ein bisschen näher auf Tamers ein, für die Leute, die es nicht kennen, falls es sowas gibt? Ja, aber da müssen wir jetzt erstmal erklären, warum es überhaupt bei Digimon geht. Und dann, warum Tamers anders ist. Weil Tamers ist ja schon komplett anders, wirklich. Also, Tamers hat mit Abstand das beste Opening in Deutsch. Oh ja, oh ja. Oh ja, wobei, ach komm, Lebe Deinen Traum ist auch geil. Ist auch geil, keine Frage, aber ich finde das von Tamers viel cooler. Oh, das ist eine, boah, das machen wir nicht auf. Also generell die Digimon-Songs, die können was. Ja, die sind cool. Die sind schon ziemlich cool. Die Dragon Ball-Songs, die kann man hören. Ja, gehören mitunter zum Besten, was es gibt. Ja, ist auch wirklich so. Das gefällt mir auch, ja. Ja, bei Dragon Ball ist es eh noch von Dragon Ball Z. Weil, GT, lol. Ja, aber die von Super sind auch im Japanischen auch brutal. Ja, die gibt es ja nur auf Japanisch. Ja, Deutsch gibt es die halt leider nicht, ja. Eben. Aber die sind trotzdem gut. Ähm, ja. Ja, zu Dragon Ball kommen wir gleich. Bleiben wir mal bei Digimon ein bisschen. Bleiben wir mal bei Digimon. Also grundsätzlich ... Ihr merkt schon, wir gehen hier ohne Konzept rein, irgendwas. Wir dachten einfach, oh, ein bisschen labern. Ja, ein bisschen Freestyle. Nein, wir labern gerne und ja, warum nicht? Genau. Dann mache ich mal ganz kurz Digimon Staffel 1, wo es rum so geht. Ich will jetzt hier nicht großartig erzählen. Im Endeffekt sind es ein Haufen kleine Kinder, die in eine Digi ... So wie wir. ... die in eine digitale Welt reingesogen werden, aus Gründen der Gründigkeit. So wie wir irgendwie. Irgendwie. Genau. Dort finden sie Partner Digimon. Also Digimon sind digitale Wesen, wie der Name schon eben gesagt. Digitale Monster. Und die können aber sprechen. Nicht so wie Pokémon, die nur ihren scheiß Namen sagen können. Digimon sprechen vernünftig. Und haben halt die Besonderheit, dass die alle mit Mon enden. Argomon, Gabumon, bla bla bla. Ja, das ist eine Besonderheit. Ich glaube, das ist ein großer Inzesthaufen. Ja, das ist halt deren Ding so. Das ist halt deren Trademark so. Die heißen halt alle so. Das ist halt die Familie Mon. Das ist ein brutaler Clan da. Die sind alle am Start. Die Familie Mon. Genau. Und die kleinen Kinder müssen halt irgendwie die Digi-Welt retten. Und gucken, dass sie wieder nach Hause kommen. Die Digimon an sich können digitieren. Heißt, die haben verschiedene Power-Level-Stufen. Es gibt die Rookie-Digimon. Damit fangen die halt quasi so ein bisschen an. Ja, das ist wurscht. Da brauchst du jetzt nicht. Genau. Das ist quasi das Evolve mit Pokémon. Nur mit der Besonderheit, dass sie halt nach dem Kampf wieder zurück in die Ursprungsform switchen. Also die bleiben nicht auf dem Level. In der Regel, ja. Außer Gartomon. Eben, in der Regel. Wobei ich mich echt frage, es gibt ja auch wilde Digimon quasi. Die sind ja auch auf allen möglichen Leveln. Warum digitieren die nie vor und zurück? Ja, das ist die Frage. Ja, sie sind halt cooler. Aber in den Spielen glaube ich schon, ne? In den Spielen halten die ihre Form, ja. Ja. Und der Digimon Tamers? Also die zweite Staffel ist quasi sehr ähnlich. Ist dasselbe im Prinzip, also eine Fortsetzung. Da ist nur halt ein Mensch, der halt irgendwie Scheiße baut und deswegen gehen die da hin und machen da so Zeug. Und dann kommt halt das, was mich als Kind bei Digimon gestört hat, nämlich, dass es nicht aufeinander aufbaut ab der dritten Staffel. Also, naja, dritte Staffel quasi. Ja, der Staffel ist komplett anders, ja. Weil es halt einfach komplett andere Charaktere sind. Das ist ein komplett anderes Konzept, was halt auch, also jetzt, wenn ich es mir jetzt anschaue, finde ich es cool. Früher fand ich es kacke, lustigerweise. Ja. Das ist eigentlich das Schöne bei Digimon, dass es immer fresh ist. Dass du halt nie das Problem hast, dass du irgendwelche Digimon von früher mitschleifen musst. Weil irgendwann ist mal Level, sind ja, die können ja nicht mehr digitieren irgendwann. Irgendwann ist das Ende. Ja, das macht ja Ash auch nicht. Ja, doch, Ash schleift Pikachu immer mit. Ja, Pikachu, aber die anderen vier nicht. Und über, ich weiß gar nicht, 18.000 Staffeln hat er auch immer, wenn es benennt sich wurde, Glurak und Relaxo geholt. Also, erzählt mir nicht. In jeder Pokémon-Liga war Glurak dabei, war Relaxo dabei, war Slimehawk dabei. Das war ja auch total oft. Relaxo? Ja. Das weiß ich gar nicht. Aber das sind halt so die Sachen, das hat mich am Pokémon abgefuckt, dass der ... Weil das auch so unrealistisch ist. Warum solltest du dein stärksten Pokémon einfach nicht nutzen, wenn du sie hast? Ja, damit halt die anderen auch stark werden. Ja, Bullshit, Alter. Wobei eigentlich, ich meine, ich hab das halt immer so gemacht, wenn ich jetzt auf die Spiele denke. Ich hatte halt immer eines mit, das hat alles zerlegt. Ja. Und der Rest hat nur so durchgeleachet. So hab ich Pokémon gespielt, danke. Ja. Ja gut, aber Digimon ist halt auch so ein bisschen so dieses, trainiert, mein Vieh und das soll stark werden, Vibes, aber ein bisschen anderes. Du fängst die nicht alle, du hast einen Partner, mit dem gehst du durch dick und dünn, das ist dein Homie. Mit dem rettest du die Welt oder halt nicht, je nachdem. Oder nicht, wenn du ein Versager bist, ja. Und Digimon Tamers fand ich noch ganz cool, dass ihm diesen Power-Up-Karten, am Anfang war das ja noch voll das Ding, später leider nicht mehr. Aber das fand ich ziemlich cool. Basiert ja, im Prinzip das Tamers basiert ja auf einem Card-Game, was es in dieser Anime-Welt gibt, ne? Ja, das war cool. Auf jeden Fall, also wirklich gucken. Die ersten drei Staffeln, gönnt sie euch. Man kann auch danach gucken, aber wie gesagt, danach wird es ein bisschen seltsam. Gibt es nach Frontiers eigentlich noch was? Ja, voll viel, nach Frontiers-Card. Echt? Da kam noch mal was, wo auch wieder Argomon am Start ist, aber mit einem anderen Tamer. Das kenn ich alles nicht mehr. Und der Argomon hatte auch andere Digitation, das war schon ziemlich cool. Aus der Staffel ist eines meiner Lieblings-Digimon, Shine-Greymon, brutal. Das kenn ich alles nicht mehr, also ich kenn nur die ersten vier, weil dann hab ich aufgehört. Ja, aber wie gesagt, danach kam noch einiges, danach kam noch irgendwas, wo die alle möglichen fusionieren die ganze Zeit. Da weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Da war Shoutmon, dass Digimon um was quasi ging. Das war so der Partner vom Main-Char. Ja, da kannst du ja jetzt den Namen droppen. Das war ziemlich cool. Ja, aber ich versuch nur, mir selber zu erinnern, wie die Scheiß-Serie hieß, aber ich weiß es nicht mehr. Weil die hatte auch, das war auch, ich glaub, die hatte auch mehrere Staffeln, wo es immer wieder um diese Charaktere ging. Das kam, also die waren fertig und dann kam es dann aber nochmal. Haben sie vielleicht gemerkt, dass das die Leute nicht so geil finden, vielleicht stand ich damit nicht alleine. Vor allem, weil sie jetzt in Trite dann die Ursprungscharaktere wieder rausgegraben haben. Ja, aber es kommt jetzt auch noch eine ganz neue Staffel, Digimon, ne? Also, was heißt eine neue Staffel? Quasi ein Remake von der ersten Staffel. Ein Remake von, ja, ja. Halt schon ein bisschen andere Story und ich vermute mal, dass auch andere Digitationen da sein werden. Aber damit es ein bisschen fresh bleibt. Ja, damit es einfach ein bisschen cooler ist und die Leute vom Frühjahr nochmal was Neues kriegen. Okay. Okay, Digimon haben wir schon mal fertig. Digimon haben wir fertig. Dann würde ich jetzt als nächstes, ähm... Komm, ich gebe jetzt einen raus für das nächste. Ah ja, stimmt. Digimon war sehr von mir. Wobei ich gar nicht so ein Digimon-Fan bin, lustigerweise. Und jetzt doppe ich mal was, was schon direkt in eine ganz andere Richtung geht und auch, ja, doch mittlerweile schon irgendwie Mainstream ist. Aber Haikyuu. Volleyball spielen, habe ich nie gesehen. Das ist so, so geil. Ich kann das nicht beschreiben, wie geil das ist. Also dieses Genre, das ist mir total fremd, muss ich sagen. Also dieses Sport-Animist, das ist genauso wie ich habe versucht, mir Food Wars anzusehen. Wach, ich druck das nicht durch. Ma, das hätte ich auch noch gedroppt, oder? Aber jetzt im gleichen Zusammenhang. Haikyuu, Food Wars und Free. Die finde ich eigentlich großartig. Da kriegst du mich gar nicht mit. Aber gerade Haikyuu. Eigentlich, jetzt mal ohne Scheiß, wenn man dem Anime mal eine Chance gibt, man muss sich in den Main-Char einfach nur verlieben, weil der einfach noch cool ist. Weil der kann nichts und nur durch Fleiß und Kraft und Training und Tränen und Schmerz wird er zu einem halbwegs guten Spieler. Der ist kein Star, aber er ist dann halbwegs gut. Und das ist halt irgendwie so sympathisch und der ist auch so lustig und es funktioniert nicht alles. Und er versucht sein Volleyball-Spiel aufs nächste Level zu bringen. Und eigentlich geil, weil er ist auch viel zu klein. Also es ist im Prinzip wie Dragon Ball, nur halt mit Volleyball anstatt aufs Maul. Ja, genau. Und die Kämpfe, also die Spiele, die wichtigen Spiele in irgendwelchen Meisterschaften oder so, die sind auch ultra intensiv. Die sind wirklich spannend. Also ich kann mich auch für so einen Scheiß begeistern. Ich bin mit Tsubasa groß geworden. Ich liebe Sport. Anime so. Okay, Tsubasa mag jeder. Und ich konnte mich da richtig begeistern. Wenn das mal geklappt hat mit ihrem Übersteiger und, äh, nee, nicht Übersteiger, Aufsteiger. Ich glaube Aufsteiger. Ich habe keine Ahnung. Und wenn das mal geklappt hat, Junge, da war ich aber am Start. Und das sind halt auch so crazy Sachen. Und da sind auch so Leute, die das ultra gut blocken können. Ja, aber du warst halt nicht so am Start wie damals, als Son Goku die Energie für seine Gekki-Dama brauchte. Boah, doch. Boah, doch. Ich war mehr am Start sogar. Nee, nee, nee. Doch, Digga, das hat mich heute viel mehr abgeholt, als Dragon Ball Zet mich früher abgeholt hat. Weil das war echt crazy. Heute würde ich Son Goku alles geben. Alle meine Macht. Alles. Aber früher habe ich das nur geguckt, weil es cool war. Aber Haikyuu habe ich richtig gefühlt. Genau wie Foot Wars. Das habe ich auch richtig gefühlt. Oh Gott, nee. Also Foot Wars, wie gesagt, den habe ich versucht. Also die anderen zwei, die, was du meintest, so Free und Haikyuu, die kenne ich gar nicht. Also Haikyuu kenne ich vom Hören und Free gar nicht. Ja, Free ist halt, Free ist was ganz Spezielles. Das ist auch, da muss man, da, was heißt, da muss man ein bisschen offen sein. Das ist schon ziemlich Bromance. Geht es ums Schwimmen? Ja, das ist die Schwimmer, genau. Ich glaube, das hast du dir mal erzählt. Ja, das ist, es ist schon ziemlich, oh, das geht in so eine leicht, sehr Bromance-ige Richtung. Weil die alle, ich will nur mit dir schwimmen und komm, lass uns nochmal zusammen schwimmen. Das ist eigentlich ziemlich, aber das Schwimmen, die Schwimm-Duelle sind wiederum cool irgendwie. Das hat mich mitgenommen. Ja, Sport-Anime, ja. Ja, also ja, Foot Wars, das ist halt so ein ganz eigenes Ding gewesen, finde ich. Ist auch eigentlich ganz wild, Foot Wars, wenn man mal überlegt. Da geht es ums Kochen. Ja, aber es war schon sehr, sehr seltsam und das war mir dann zu seltsam fast schon wieder. Ja, und es ist halt so, so cringe irgendwie, wenn die dann mal von dem Essen probieren und die Kleider fliegen weg und sie sind auf einmal auf so einer großen Wiese und feiern das voll. Aber genau das war es halt, was mich dann irgendwie gepackt hat, als sie dieses, du hast ja nicht weit geguckt, aber als sie diese Schulturniere hatten und so. So, Junge. Das war ewig geil. Das war durchgeschaut, so nebenher. Ich habe das echt gefühlt. Ich habe das abends dann, wenn ich im Bett war und nicht pennen konnte, habe ich mir gedacht, ach komm, eine Folge Foot Wars noch. Und dann ist es einfach immer schön gewesen. Genial. Ja, also wie gesagt, Empfehlungen auf Netflix. Hi, Kio. Jeder muss es mal gucken. Guckt euch nicht nur die erste Folge, guckt euch die ersten drei an, weil dann geht es so ein bisschen los. Wenn es euch da nicht packt, wird es euch auch nicht mehr packen. Aber. Ja, ist eine Ansage. Aber ist geil. Ich habe da dann etwas im Gepäck, das ist mehr meine Richtung dann, nämlich Konosuba. Was? Kennst du gar nicht, ne? Ne. Okay, also da geht es im Grunde darum, die Hauptfigur ist so ein kleiner Nerd. Also so wie wir, so ein richtiger Gamer. Und eines Tages hat er halt, erscheint er jetzt ein Lieblingsspiel im Laden. Und nach einer durchgezockten Nacht holt er sich sein Game. Und er ist total übermüdet am Heimweg. Merkt er so, möchte ein Mädchen retten, was Gefahr läuft, überfahren zu werden und stirbt dabei halt. Also ist ja nicht dunkel laufen jetzt. Ja, es ist halt mega witzig dann im Endeffekt, weil er halt nicht einmal so stirbt, wie du denkst. Okay, wurscht, das verrate ich jetzt nämlich. Weil er so müde ist, dachte er, das wäre ein Truck. Das war halt in Wirklichkeit ein scheiß Traktor, der halt mit fünf Km hat er hinten. Oh Gott, ey, er schubst das Mädchen weg und stirbt halt vor Angst daran, also am Schock. Okay, das ist lustig, Jan. Okay, und im weiteren Verlauf, also in dieser Zwischenwelt quasi trifft du auf die Göttin Agua und die soll die Seelen eine andere Welt begleiten. Also entweder ins Jenseits quasi oder du wirst in einer anderen Welt wiedergeboren, wo es halt darum geht, den Dämonenkönig zu besiegen. Hm, okay. Und jeder, der sich entscheidet, da wiedergeboren zu werden in der anderen Welt, darf sich ein Item mitnehmen, also Gegenstand oder Spell oder was auch immer. Und weil ihm die Göttin so anzipft, nimmt er sie einfach mit. Okay. Und da fängt der Bullshit an. Das ist mega lustig einfach, wie er nach und nach dann die Gruppe, also das ist aufgebaut wie ein Game im Endeffekt dann mit Level Up und Skills. Oh, das hört sich gut an. Das ist mega lustig einfach. Wo gibt's das zu sehen? Äh, ich müsste jetzt gar nicht auf diversen Streams sein. Äh, okay. Also so gar nicht. Nee, also das hab ich. Nee, nee. Okay, ja, verstehe. Alles klar. Besonders schade. Wie er die Gruppe rundherum aufbaut, also da kommen dann noch dazu zwei Mädels, nämlich eine Erzmagierin, die nur einen Spell beherrscht, Explosion. Den kann sie auch nur einmal am Tag verwenden, weil sie dann umkippt, weil da so viel Kraft zieht. Das sagt mir sogar was, ich glaub, das hab ich auch, nee, das sagt mir sogar was. Das musst du kennen. Ich glaub, das kenn ich tatsächlich, ja. Und das andere ist die Kreuzfahrerin Darkness, ne, die keinen, wo nie einen Angriff trifft von ihr. Ja, das sagt mir was. Die landet nie einen Hit, aber findet's besonders geil, wenn sie geschlagen wird und auch diese Sachen. Ja, ein bisschen crazy. Das ist mega witzig einfach, also. Ja, also wenn ihr ein bisschen lachen wollt beim Anime. Dann kannst du dir, irgendwo gibt's ein Bestimmt, weil die erste Staffel gibt's auch mittlerweile auf Deutsch, also synchronisiert. Ja, irgendwo wird's das bestimmt geben. Irgendwo gibt's das Bestimmt. Ich hab's halt dazu mal's, äh, ja, auf diversen Seiten mir angeschaut. Hat man mal gesehen, früher so. Hat man mal, wie man das halt so macht. Ja. Bestimmt gibt's das mittlerweile auch so ein paar Folgen auf YouTube, um einfach mal reinzugucken. Kein Plan, aber auf jeden Fall reinschauen. Ja. So. Ich mein, es gibt Elfenlied auf YouTube komplett. Eben, deswegen. Also auf YouTube gibt's schon ein paar Sachen. Da hab ich auch zu meinem nächsten... Das hat sich meine Frau letztens angeschaut, Elfenlied auf YouTube. Ich mein, es ist mir zu heftig, muss ich sagen. Ja, okay, es geht eigentlich. Ist halt auch schon so oldie. Also ich bin ja, was Gewalt angeht, da überhaupt nicht empfänglich für sowas. Also ich mag's in richtigen Filmen nicht und ich mag's bei Animes noch weniger, lustigerweise. Ach ne, das stört mich nicht. Also ich find's bei Games manchmal irgendwie scheiße, wenn's so richtig gollastig ist. Ja, da kommt's drauf an. Zum Beispiel bei God of War, da krieg's Kotzen. Also den alten God of War, weil beim aktuellen God of War, da ist es ein perfektes Spiel. Aber beispielsweise God of War 3, wenn du dann die Vision von Poseidon hast und Gratus ihm die Augen ausdrückt, das ist halt übertrieben und nicht notwendig in meinen Augen. Aber gut. Ja, aber so ist halt manchmal. Also ja, was so Goa-Sachen angeht, da bin ich nicht empfänglich. Darum ist Elfenlied halt überhaupt nicht meins. Was halt lustigerweise dann, was ich früher geil fand und heute noch immer, ist Halesing zum Beispiel. Und das ist ja auch nicht gerade. Ja, das ist auch nicht für zarte Leute. Das ist ja auch psychomäßig manchmal seltsam. Ja. Und wenn du dir die OVA anschaust, da geht's schon ordentlich ab. Ja, eben. Da gibt's ja zwei Fassungen quasi, ne? Ja, haben wir nicht auch so ein Reboot irgendwie Ding? Nein, das war eigentlich dein Reboot. Also du hattest einmal den Shit, der auf Viva und MTV früher lief. Ja, den kenn ich. Und dann hattest du halt einmal das Richtige, was halt die Story vom Manga verfolgt hat. Wie hieß die nochmal? Silas Victoria oder sowas? Ja, ja, ja. Legende. Legende. Legende hat mir sehr oft am Einschlafen geholfen früher. Ich hab das immer, also ich hab immer Viva und so geguckt halt abends. Ja, das hatte ich auch früher noch. So wie Giga Games halt, ne? Boah, was gab's denn dann noch? Also Hazing und wie hieß das? Black Noir Out irgendwie so? Ja, das gab noch. Kennst du das noch? Es gab noch Vision of Escaflown. Oh Gott, ja. Das hab ich geliebt. Dann gab's noch X. X. Boah. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Digga, das war völlig seltsam. Da gab's, da ging's um Kamui. Und, äh, der Name ist mir so hängen geblieben, weil ich den Namen früher im Diablo immer benutzt hab. Weil ich den Anime cool fand. Deswegen ist das so ein bisschen hängen geblieben. Ich erinnere mich daran überhaupt nicht mehr. Obwohl ich das auch früher auf und runter geschaut hab. Naja. Ja, ähm, nächste Empfehlung. Wo wir gerade schon so ein bisschen bei Gore waren. Gehen wir davon mal weg. Und gehen jetzt mal zu einem richtigen coolen Anime, wo es ein paar Staffeln momentan auf Netflix gibt. Der für mich, weil ich mir den auf ProSiebenMax lief, der im Free, also Free TV ist es ja, glaub ich, gar nicht. Aber lief der halt im Fernsehen. Und, ähm, da hab ich mir die, äh, deutsche Geschichte komplett angeguckt. Hunter x Hunter. Oh, hab ich noch nie gesehen, zu meiner Schande. Ich schwöre es jedem Menschen da draußen, der sagt, Dragon Ball ist cool. Der sagt, One Piece kann ich was mit anfangen. Von mir aus auch mit Naruto. Ihr müsst Hunter x Hunter gucken. Ohne Witz. Ja, das hab ich auch schon oft gehört. Du musst Hunter x Hunter gucken. Das ist der beste Anime, was, was auch die Logik hinter, warum ist der krass, warum ist der stark und wieso, keine das und so. Wo das, ich sag mal, das Kampfsystem erklärt wird. Das ist das Beste überhaupt. Weil es schlüssig ist. Weil du sagst, okay, es kann sein. Ist okay. Es kann sein. Ja, weil, weil die sich halt ihre, also am Anfang, die sind halt normal stark und dann irgendwann lernen die halt Nem. Das ist quasi deren Key oder in One Piece würde man Haki sagen, das ist quasi deren Chi, so. Und die können sich eine Nem-Fähigkeit, also später noch eine zweite, aber die erste so selber aussuchen. Und da kann halt alles bei rumkommen. Da gibt's halt einen, der, äh, der kann dann ultra schnell laufen. Und dann hast du den nächsten, der, ähm, der hat so eine komische Pfeife, so eine riesige Pfeife, den wird jeder kennen, der den Film Anime geguckt hat. Und damit kann er dann so Geister erschaffen und kann damit Sachen machen. Also da kann alles sein. Gibt es, gibt es, gibt es da auch so ähnliche Blödsinn wie zum Beispiel Naruto da mit seinen, was ist das, Hot Chicks? Nein, also, nein, so einen Scheiß gibt's da nicht. Also da gibt's auch Quatsch, natürlich. Aber, ähm. Also als Anmerkung, ich mag Naruto nicht, darum werden wir darüber auch nicht sprechen. Ja, aber Naruto gibt's auch auf Netflix, Gittergucken. Gibt's auch, ja. Bei Hunter x Hunter, wenn man damit nicht anfangen kann, weil dann mal sagt, das ist ein bisschen schwierig, weil die Hauptcharaktere sind halt wirklich Kinder. Und, ähm, wobei die Dynamik zwischen Gon und Killua, also die beiden Hauptcharaktere, sagen wir mal so, die ist so krank. Und das hätte ich mir so gewünscht, dass Son Goten und Trunks eigentlich so hätten sein können. Das ist so gut. Es ist so schade, dass aus Son Goten nie was wurde, wirklich. Aber wie gesagt, wenn Hunter x Hunter schwierig ist, guckt, guckt es euch trotzdem an, scheißegal. Und selbst wenn es nur, und selbst wenn es nur der Chimera End-Arc ist, das ist der beste Arc, den ich jemals in irgendetwas gesehen habe. Aber alles gibt's nicht auf Netflix, oder? Ne, den gibt's noch nicht auf Netflix, leider, nein. Aber den kann man bei ProSiebenMax, kann man auch viele Folgen online gucken und so. Ähm, von daher, das geht schon. Und wirklich, guckt, guckt nur diesen Arc. Das ist an Spannung, an Dramatik und an, an allem nicht zu überbieten. Allein, dass man mit einem fucking Insekt dann später so, so ein Mitgefühl entwickeln kann, das ist brutal. Also, das ist einfach nur brutal. Okay. Das ist das beste Arc von irgendeinem Anime ever. Besser wird's nicht. Ob er was anderes sagt, lügt. Also, das hab ich schon von vielen gehört, dass Hunter x Hunter das geilste sein soll überhaupt. Ja, und eigentlich ist es nur dieser Arc. Das hab ich noch nie gesehen. Es ist, alle, die Hunter x Hunter durchgeguckt haben, finden Hunter x Hunter so gut, weil dieser eine Arc so brutal gut ist. Der Rest davor ist eigentlich auch okay und das danach ist, ist halt das Problem, es kommt halt danach. Es kommt halt nach dem Oberhighlight, was dein Leben verändert, so eine geile Staffel und dann, ja, okay, ist auch cool, aber Chimera and Zin Bay, also da geht gar nichts. Nee. Unbedingt kuchen. Unbedingt kuchen. Das klingt halt wie meine Begründung, warum ich immer sage, dass meine Frau kochen soll und nicht ich. Ja. Weil sie kann's halt besser. Ja, ist, ja gut, okay, das hat auch diverse andere Vorteile, aber. Ey, heute hab ich gekocht, ja, hat auch geil geschmeckt. Aber ich werde, du wirst halt nie erleben zum Beispiel, also wenn ich jetzt beim Kochen bleibe, hier, ganz kurzer Ausflug, dass ich zum Beispiel irgendetwas mache, wovon ich weiß, dass es bei ihr schon geil schmeckt. Weil warum sollte ich mich da auf ein Experiment einlassen? Einfach, um ihr zu zeigen, dass ich nichts kann. Einfach zum Dissen. Nee, nee. Aber damit hast du diesen einen Moment des Erfolgs, aber danach musst du es immer wieder selber kochen und sie wird es nie wieder tun. Ganz genau das. Ganz genau das. Das muss man halt abwiegen, so, ne? Ganz genau. Ja gut. Hast du noch einen? Ich hätte noch eine Menge, also ich könnte, weiß ich nicht, noch drei Stunden drüber reden. Ja, aber warte. Machen wir Dragon Ball, machen wir das fast jetzt auf? Nee, nee, Dragon Ball kriegt eine eigene Folge, gleich eine ganze. Ja, okay. Weil wir so elendige Dragon Ball Fanboys sind, da kann man eine ganze Folge drüber labern. Warte, ich hatte schon einen. Also ich kann noch was droppen für zwischendurch. Ach ja, ich wollte sprechen, nämlich, weil da dachte ich, das ist ein bisschen schwerer, über den Anime zu reden. Nämlich über Bleach. Uuuuh. Da wollte ich auch drüber sprechen. Geil. Ja, geil. Das Problem ist nämlich, warum man dann über den Anime so schwer sprechen kann, weil er halt eingestellt wurde, ne? Halt, stopp. Der ist nicht fertig gemacht worden. Halt, stopp. Also er ist noch nicht fertig. Ach. Erzähl mir die Hot News. Die Hot News sind, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, wenn überhaupt zwei Wochen oder so, Bleach wird weitergeführt. Der Anime geht weiter und der wird zu Ende erzählt. Seit wirts. Ja, das ist jetzt irgendwie x Jahre Bleach, Jubiläumsjahr und da haben sie gesagt, hey, komm, wir bringen ihn wieder raus. Das heißt, er wird zu Ende erzählt. Er wird vernünftig enden und es wird cool und es wird saftig. Ja, vernünftig halt noch, also nicht so vernünftig, wie es geht. Ja, und ich kann mir vorstellen, weil viele Leute darauf warten, dass die guten, äh, ich weiß gar nicht, ist das auch von Toei Animation bestimmt, oder? Das kann sein. Ich weiß doch auf jeden Fall, dass es ein Shonen, äh, Shonen-Jom. Ja, ja, Shonen-Jom. Ja, ob es auch Toei macht, weiß ich nicht. Ich würd's hoffen. Weil was die mittlerweile mit One Piece machen oder mit dem Drangle Superfilm, das sieht ja schon ziemlich saftig teilweise aus. Oh, halt, stopp. Mit dem Drangle Superfilm und du sagst, das sieht saftig aus? Ja, wenn's nicht gerade CGI war, sah's richtig geil aus. Ja, genau das nämlich, ja. Ja, aber das machen die ja im Drangle Super, haben die das ja auch nicht gemacht. Ja, zum Glück. Ja, also im Anime selbst machen die das nicht, Mann. Da gab's ja so zwei so, so, so Shit-Folgen, hilf mir mal. Ja, die ersten, Alter, die waren schon richtig krass. Die, die, äh, nämlich die mit, äh, gegen Kevlar, die war so mega geil animiert, wa? Ja, die war gut. Oder auch. Und ich glaub, da gab's da noch eine mit Jiren, ne? Ja, mit Jiren, Jiren-Endkampf, sobald die Haare weiß wurden, Digga, da war Animationsfeuerwerk. Aber richtig, gegen Kevlar, Alter, Sliding-Kamehameha, ist jetzt schon legendär. Ja, also, also, der Animateur, der, was das gemacht hat, der ist auch bekannt dafür, dass er recht geil ist. Ich weiß jetzt auch den Namen nicht. Ich weiß, ehrlich gesagt, auch nicht. Aber der hat auch für One Piece ein paar Sachen gemacht. Und die waren auch Zucker. Ja. Und ich hoffe, ja, aber auch mal gucken wieder, das macht Spaß. Aber auf jeden Fall, wenn, wenn die jetzt mit den Skills, die die mittlerweile haben, den Bleach-Anime fortsetzen, Digga. Wenn die da so ein bisschen Budget reinlegen, weil sie sagen, boah, die Welt wartet gerade darauf, viele Anime-Fans wollen das gerne sehen. Oder viele Bleach-Fans. Ja, ne, eigentlich die ganze, eigentlich viele Anime-Fans, weil, wenn du so schon ein Anime magst, dann wirst du Bleach gehört haben. Ja, aber es kann ja nicht sein, es muss ja einen Grund gegeben haben, warum Bleach eingestellt wurde. Ja. Das wird halt nicht eingestellt, weil es alle geil finden. Ja, aber mittlerweile sind aber auch einige Jahre ins Land gegangen, ne? Ja, sehr richtig. Also von daher, ich kann mir schon... Bleach gibt's auch auf Netflix. Oh, ups, ich räume mal hier ganz kurz mein Mikrofon ab, Entschuldigung. Bleach gibt's auch auf Netflix. Genau. Und sogar die Real-Fans. Okay, ich meinte Anime, aber ja. Ja, ich auch. Auf der Fansion gab's auch was. Die ist sogar gar nicht so mega furchtbar. Die ist zwar immer noch furchtbar, war nicht so super schlimm. Oh, jetzt weiß ich wieder, über welchen ich reden wollte unbedingt. Okay, aber trotzdem, Bleach, Leute, auch gucken, ist cool. Bankai ist eine ziemlich geile Sache. Oh ja, also muss ich mir dann auch unbedingt weiter anschauen, wenn's weitergeht. Ja, und der Kampf gegen Eisen war... Ja, okay, welche Form? Ah! Ja, ich mein, den kompletten Kampf. Der ist auch so... Der Kampf hat mir Naruto kaputt gemacht. Okay. Aber egal, über Naruto wollen wir nicht reden. Aber das ist der bessere Endkampf. Ich schwör auf alles. Ja, ich wollt mir die Manga-Reihe kaufen von Bleach mal. Ja, ich würd auch gerne wissen, wie's weitergeht. Weil ich ja eigentlich... Also ich bin ja totaler Manga-Fan, also ich lese ja lieber, als ich's mir anschaue, muss ich sagen. Ja. Aber ja. Ja. Ich wollte nämlich reden, jetzt nehm ich dir zwar deinen Drop weg, aber bevor ich's wieder vergesse, nämlich... Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ja, ach komm, das ist der Anime, du nur jedem empfiehlst, der kein Anime mag. Der und Death Note. Das sind die beiden, die immer genannt werden. Ja, Fullmetal Alchemist, die sind so geil. Ich mag's auch, man, die Brüder Elric. Und ich kann jetzt halt darüber reden, weil das für mich noch nicht so lange her ist, dass ich den geguckt hab, vielleicht einen Monat. Gott, ich hab den mindestens schon fünfmal durchgeschaut. Ich hab den ersten geguckt, also Fullmetal Alchemist. Den hab ich nie gesehen. Der war auch gar nicht mal so cool. Also doch, der war schon ziemlich... Also sorry. Der war sehr cool, aber der endete irgendwie... Komisch. Ich glaub, der hat ein komplett anderes Ende als Brotherhood, was ich gelesen hab, ne? Ja, total. Der endet quasi da, wo Brotherhood gar nicht ist. Bei Brotherhood erfährst du ja irgendwie nur so aus Rückblenden, dass die mal gegen diesen komischen Papst-Typen da gekämpft haben. Ne, ne, das stimmt nicht. Bei Brotherhood, also den, was du meinst, deren... Na? Ja. Den, den Pater, wie heißt der? Ja, genau. Kämpfen die denn überhaupt den Brotherhood? Kamello oder irgendwie so. Also, der normale Fullmetal Alchemist, der fängt halt dort an und in Brotherhood ist das die dritte oder vierte Folge nämlich. Echt? Hab ich das verpasst? Das hast du, glaub ich, verwechselt gerade. Ne, der Brotherhood ist ja der Neuere quasi. Und Brotherhood ist der Neuere, genau. Genau. Und ich hab gedacht... Aber in der dritten oder vierten Folge, da dreht sich's eben um diesen Aufstand in... Scheiße, hab ich den Namen vergessen. Ja, ja, aber ich mein, im Normalen ist das quasi so der Endfight. Ne. Wenn ich mich nicht recht erinnere. Da bist du total daneben. Okay. Dann bin ich da raus. Im Normalen, da kommt schon in der ersten Folge die Rose vor zum Beispiel, ne? Das ist die, die sie auch treffen, die sich dieser Sekte angeschlossen hat, weil ja ihr Verlobter gestorben ist, ne? Zum Beispiel. Ja, ja, klar, natürlich, ja. Um die geht's da natürlich auch. Ja, die kommt da im Normalen, direkt in der ersten Folge vor, hast du den Brotherhood nicht. Den Brotherhood geht's halt eigentlich los mit diesem versuchten Attentat quasi, ne? Von den Ex-Soldaten da. Der Ice-Dude. Der Ice-Man. Ja. Aber ich, ich überleg's grad wirklich, weil ich meine nämlich wirklich, dass es, dass der, dass der, ich kann mich an diesen Kampf natürlich sehr, sehr gut erinnern, aber aus dem Normalen. Ich mein, da geht's auch darum. Aus dem ganz Normalen. Also wie gesagt, natürlich ist das Brotherhood und das Normale ziemlich ähnlich, ne? Ist klar. Aber ich glaube, in Brotherhood, da laufen ein paar Sachen anders und auch zu einem ausgefeilteren Enden, ne? Ja, mein Gott, nein. Da geht's ja auch noch um die Hormon-Kurie später und alles im Normalen-Formel-Einhalb. Natürlich. Was du da grad meinst, ist ja nur der Anfang. Ja, ja, ich hab, ja, ich hab, dann hoffe ich offensichtlich nur den Anfang gesehen. Weil irgendwie damals gab's nicht mehr Folgen. Und auch da, wo ich das geguckt habe. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Ja, ich hab den Anfang gesehen, ne? Das war offensichtlich nur durchschnurde Anfang. Okay, alles gut. Ja, nicht schlecht. Sieht eine Folge, ja, das ist der Anime, hab ich durchgesehen. Na, nicht nur eine Folge, ist ja ein bisschen mehr schon noch. Zwei. Ja, gut. Naja, aber wie gesagt, also Fullmetal Alchemist ist auf jeden Fall ein Anime, mit dem man jeden anschauen lassen kann. Weil da einfach mega cool ist, eine mega spannende Story eigentlich. Boah, fand ich nicht. Also ich find's nachvollziehbar auch alles. Nee. Nee, find's nicht? Nee. Kannst du mir da mal erklären, was die Wahrheit ist? Gott, alles, du, ich. Ja, siehst du, was ist das für eine schöne Erklärung? Nee, fand ich doof. Nee, komm, erklär jemandem Religion. Ja, da geht's ja nicht um Religion, aber ich fand's halt doof, dass das Ding... Ja, aber das ist es im Endeffekt, ne? Ja, aber es sieht aber nicht aus wie ein Gott, Alter. Es ist so ein kleines, schwarzes Huren. Wie sieht ein Gott aus? Oh, da darf ich nicht. Na, sieh's dir mal. Ich bin Christ, ich darf hier kein Bild davon machen. Nee, es ist so ein Goku. Ja, mit roten Haaren oder blauen. Also ein Punk. Ja, okay. Aber da sehen wir es, Leute. Vollmerer Alchemist auf jeden Fall gucken. Nee, es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte auch. Also mit nachvollziehen meinte ich, du kannst die Figuren in ihren Handeln verstehen. Ja, das auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, wobei... Hey, es gibt nichts Beschisseneres, als wenn eine Figur oder ein Charakter plötzlich total unlogisch wird. Wie beispielsweise in jedem Hoffnung, oh, trennen wir uns. Digga, warte mal, meine Kopfhörer haben sich verabschiedet. Ah, jetzt sind sie wieder da, okay. Hallo, Kopfhörer. Ja, hi. Wie, haben sich verabschiedet? Sind die dir vom Ohr gefallen oder was? Nee. Hey, Kabel hatten. Hey. Ah ja. Schwierig. Ah ja. Schwierig. Ja. Aber Fullmetal Alchemist ist wirklich cool gewesen, ja. Fuck. Ja, einen haben wir noch, also einen droppen wir noch und den darfst du aussuchen. Dann, boah, ich hab überlegt. Ich hab auch überlegt, ob ich hier sowas wie Fullmetal Alchemist nehme, was so richtig Mainstream-mäßiges ist. Also Death Note, ja. Oder Death Note, genau. Oder hier sowas wie Fate, die alle Milliarden Anime, die es davon gibt, also Staffeln. Aber ich, mein Herz sagt, Alter, sprich über Overlord. Weil Overlord so cool ist. Oh, sprich über Loser, Alter. Weil Overlord halt echt cool ist. Also den mal am Rande droppen, Overlord, auch gucken. Oh ja. Dann hab ich noch mit mir gerungen, Attack on Titan. Aber das ist halt auch so mega Mainstream. Mag ich gar nicht. Thomas, ich auch nicht. Ich hab fünfmal versucht, es zu gucken, aber ich hab's nicht geschafft, weil ich's immer scheiße fand. Beim sechsten Mal hat's mich dann aber erwischt. Und dann war ich drin. Ach komm. Wenn ich sechs Anläufe brauche, dann will ich's geil finden und das. Ja, es hat gedauert. Okay, komm. Also was ist jetzt dein Drop? Mein Drop ist, der ist zwar auch ein bisschen Mainstream, aber der ist vielleicht nicht so mega super bekannt. Aber cool sind die Seven Deadly Sins. Oh ja, die Seven Deadly Sins. Netflix Original. Das ist einfach schön. Ja. Ja, es ist halt ... Hat alles. Na, fast alles. Ja, ja. Es fehlen die Boobs. Ja, ach komm. Ach, komm. Das ist ja wohl das Einzige, was halt nicht fehlt. Wie Millioners und seine Schnecke, Alter. Ja, okay, okay. Aber ich bin schon gespannt, wie's weitergeht im Endeffekt. Ja, ich auch. Muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn ich's durchschau, dann will ich unbedingt wissen, wie's weitergeht. Ja, es ist cool. Also es ist irgendwie so ein momentan so ein halbgares Ende irgendwie. Gefällt mir gar nicht. Gerade so mittendrin aufhören. Ja, aber es ist ja auch nicht fertig. Die fiese Cliffhanger. Ja, das ist halt richtig weg. Das ist ein fieser Cliffhanger. Das finde ich kacke. Das hasse ich. Weil man weiß, jetzt gibt's auf den Backen, Alter. Jetzt müssen richtig coole Kämpfe kommen, aber irgendwie. Jetzt gibt's auch für Gosch, ne? Ja. Ich will nochmal Eskadon sehen, Alter. Oh, also das Auftreten vom stärksten Sinn, von mir als erstes Mal. Ich will ihn noch einmal in seiner Testo-Form ein paar Leute crushen sehen, ey. Was für ein geiler Charakter das ist, ne? Ja, klar, Schwuder, Barkeeper, aber eigentlich, oha. Der ist der Stärkste, ne? Der ist der Stärkste, ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob er jetzt stärker ist als Meliodas in seiner Reset-Form da quasi. Ja, ja. In seinem Super Saiyan schon quasi. Ja, ne? Einmal zurückgesetzt, aber Werkzeitsschnellung, dann geht's schon wieder ab. Ja. Aber... Er meinte ja mal, dass, äh, Dings, na, hilf mir, der Name stärker sei als Meliodas. Aber es ist ja auch krass, wie der, wie er quasi eingeführt wurde, tatsächlich, ne? Wo er dann das erste Mal da seinen, seinen Muten Roshi gemacht hat, Alter. Oh Gott, ja. Und den einfach mit One-Hit so, bam, kein Problem. Ja, ist cool. Einmal, geht schon. Ja, auf jeden Fall, das muss man wirklich sehen. Also, Seven Deadly Sins ist wirklich lustig. Also, Seven Deadly Sins, kurz gesagt, das ist eine Fantasie-Story über Ritter. Ich meine, das Einzige, was wirklich nervt jedes Mal, ist dieser, dieses Drecks-Intro. Diese Erzählung. Boah, na gut, okay. Kann man skippen, aber ich werde natürlich nicht jedes Mal zur Fernbedienung hingreifen, ne? Wenn ich auf der Couch rumgammel. Faules Schwein. Und auf Skip drücken. Ja, das ist anstrengend. Aber muss man sich auf jeden Fall anschauen, du hast da wirklich viel Witze und Action mit drinnen. Hm? Und, äh, geht auch schon ordentlich lang, ne? Ja, drei. Zwei Staffeln. Zwei oder drei Staffeln? Ja, zwei Staffeln. Und noch irgendwie so ein Zwischending. Also, bei Netflix, ich gucke gerade, da wird es mir drei Staffeln angezeigt, da sind da irgendwie so ein paar extra Folgen, Dinge. Ja, da hast du diese zweite Staffel, die aus fünf Fehlerfolgen besteht. Ja, ja, genau, ja. Seltsames Ding. Auf jeden Fall, das ist wirklich cool. Also, kann man auf jeden Fall gucken, wie gesagt, auf Netflix. Da gibt es auch Overlord, ich glaube, die erste Staffel leider nur. Ja. Und? Die zweite, ich weiß gar nicht, ob es die zweite und die dritte auf Deutsch gibt. Ja, das befürchte ich nämlich nicht. Und, was man auch noch gucken kann, die erste Staffel, ist der One Punch Man. Den könnt ihr euch auch noch gucken. Oh, oh ja, schaut auch um den One Punch Man an. Ja. Ich könnte noch so viele sagen, ich wollte noch so viele nennen, aber. Ja, ich meine, ich wollte über Castlevania reden, aber dann dachte ich mir, warte mal, ist Castlevania überhaupt ein Anime? Ich glaube nämlich nicht mal. Ja, kann man aber auch nennen. Ich wollte auch über Magi reden, weil die auch cool sind, die Filme, äh, Filme, die Reihe. Über was? Magi. Ich habe es noch immer nicht verstanden, akustisch, hä? Magi? Also nicht Magie, sondern Magi. Also mit zwei G? Nee, mit einem. Aber ohne E am Ende. M-A-G-I, Magi. Kenn ich nicht. Ja. Nie gehört von. Ist cool, gucken. Gibt's auch diverse, gibt's auch verschiedene Staffeln. Da geht's, ich kann nicht sagen, es geht um Sinbad. Die Charaktere reißen halt einfach nur Sinbad, Aladin und so. Und, äh, ist nicht so wirklich das Märchen aus Tausendeiner Nacht, aber es ist cool. Mit Magie wär's gedacht, mit Zauberern und so. No shit. Ja, es ist ziemlich cool. Also es macht auch Spaß. Das kann man auf jeden Fall gucken. Wie gesagt, One Punch Man kann man gucken. Overlord kann man gucken. Ähm, My Hero Academia kann man gucken, die erste Staffel. Oh, My Hero Academia muss man gucken. Siehste? Das sind die Sachen, über die ich nicht groß reden wollte, weil die so super Mainstream sind. Eigentlich kennt man die. Aber wenn man die nicht geguckt hat, bitte. Oder Goblin Slayer, auch ziemlich cool. Kann man auch gucken. Den hab ich noch nicht gesehen. Kann man auch machen, ist geil. Ja, oder Berserk. Berserk, cool, kann man gucken. Ähm, ich hab jetzt, wie gesagt, mir Fate angeguckt. Ähm, Stay Night, Unlimited Blade Works, das war ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, welche Staffel das ist. Ich auch, keine Ahnung. Deswegen hab ich den Namen genannt. Ich hab den Namen einfach gedroppt, weil ich weiß nicht, welche Staffel. Bei Fate komm ich gar nicht mit, aber daran arbeite ich noch. Dann ist noch die erste Staffel von Jojo's Bizarre Adventure da. Das hab ich auch noch gar nicht gesehen. Ich hab's noch nicht geguckt, weil's noch, weil's keine deutsche Synchro hatte. Oder hat, weiß ich nicht. Ja gut, damit hab ich ja generell kein Problem mit der japanischen Synchro. Das ist mir meistens sogar lieber eigentlich. Nee, ich werd's auf, ich werd's mir auf Englisch angucken und hören, weil ich hab keinen Bock zu lesen, um ehrlich zu sein. Also nicht im Bett, wenn ich im Bett lieg und nochmal ein Anime guck, dann hab ich eh fast die Augen schon zu, weil ich halb penne und dann geht das nicht auf Japanisch. Ja, dann ist das egal. Dann hab ich ein Problem. Das kann man auf jeden Fall gucken. Und ja, Sword Art Online gibt's dort. Kann man auch gucken. Das sind so die ganz großen Bekannten. Dann gibt's auch so ganz verdrehte Sachen wie Devilman Crybaby oder das ist wirklich Ja, das ist halt voll selter. Total weird das Ding. Aber da gibt's auch Sachen, die sind seltsam, aber irgendwie lustig. Und irgendwie bei den meisten Dingern ist es immer das Gleiche. Das ist irgendein Typ, der mit irgendeinem heißen Chick zusammen wohnt, das seine kleine Schwester ist, aber die kann irgendwas ultra krasses und dadurch wird der auch ultra krass. Warte, warte, du redest gerade von Data Life, glaub ich. Zum Beispiel. Das ist aber gar nicht das, was ich meinte. Sondern ich meinte irgendwie Devil's Sister, irgendwie so ein Scheiß. Das ist auch so was. Oh ja, Testament of Devil's New Sister. Ja, aber es ist ja genau das Gleiche irgendwie. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich liebe Highschool DD, weil Boobs. Ja. Und Testament of Sister in New Devil, glaub ich, kam danach. Und irgendwie versucht mir das zu sehr, so zu sein, wie Highschool DD, nur in der Soft-Porn-Variante. Es tut mir leid, weil, also was da gestöhnt wird, ist ja abartig. Ja, okay, ja, stimmt schon. Ach Gott, früher gibt's, hab ich ja gerade gesehen, ey, das hab ich früher gerne geguckt, in New Yasha, ach du Scheiße. Netflix hat mir da vielleicht coole Sachen. Ja, sicher. Boah, Saint Seiya ist auch am Start, cool. Das Problem ist halt, dass man da immer auf Synchro warten muss. Blue Axe, also das gibt's auch auf Netflix. Ja, das ist auch cool, das hab ich auch gerne geguckt. Ja. Dragon Ball Z, Resurrection F gibt es. Na gut, die Filme, also come on. Ja, aber ey, mehr Dragon Ball kriegst du auf Netflix nicht, Mann, gucken. Oh ja, es gibt die anderen beschissenen Dragon Ball Z-Filme. Cooles Rückkehr, hab ich letztens gesehen erst. Ja, das ist auch cool. Da läuft's mir direkt kalt in den Rücken. Nee, ich mag das. Pokémon gibt's auch. Kam sogar letztens erst, ich glaub, die vorletzte Alola-Staffel. Das ist also auch am Start. Pokémon könnt ihr auch gucken. Nice. So, was war das hier? Rosario und Vampir. Das ist auch so ein Ding. What? Das ist auch wieder so ein Ding. Das ist quasi wie Date Alive. Da hast du wieder einen Typ, der ist so ein absoluter Lolli. Er kann nix. Er landet irgendwo, wo alle ultrakrass sind. In dem Fall sind es alle Monster, nur er, nicht. Er ist ein Mensch, er ist ein Lutscher. Und irgendwie geht alles Ape-Shit und Dinge passieren. Und der Vampir ist so ein ultraheißes Chick, wo du dir das schon denkst. Boah, das ist aber ein richtiges Waifu. Und dann verwandelt die sich, geht in den Super Saiyajin und denkst dir, ach du Scheiße. Wie kann die denn noch krasser werden? Das ist halt so ein richtiger Anime. Du guckst und denkst dir danach, was hab ich mir hier angeguckt? Was zum Fuck hab ich mir hier angeguckt? Da fuckt er, der Just-See. Ganz genau. Du denkst dir einfach nur, was hab ich da getan? Aber das ist cool. Kann man sich mal geben, wenn man nebenbei zockt. Also wenn man zockt, lässt man das schön nebenbei laufen. Das ist saftig. Oh boy. Geil. Ja. So. Also für diese Folge sind wir durch. Das war jetzt, glaube ich, ich sage jetzt einmal Anime-Folge 1, weil wenn wir nix haben, dann können wir über Animes reden. Ja. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, ob ihr auch über normale, in Anführungszeichen normale Serien was hören wollt. Das würden wir auch gerne machen. Oder werden wir sowieso machen. Da müsste ich halt noch ein paar mehr schauen vorher. Ja gut, es reicht ja, wenn du drei guckst und ich 20. Ja, weil irgendwie, also von den Serien kenne ich auch nur den Mainstream-Shit. Ja, ich eigentlich auch. Aber es gibt so ein paar Sachen, über die ich reden möchte, die sind nicht so ein Mainstream, aber die sind aber cool. Yay. Okay. Also ist auf jeden Fall aufgeschrieben, das Thema. Ja. Wir haben noch ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen was im Papppfeil im Köcher. Genau. Wenn bei der Gaming-Szene nix kommt, dann kommen wir halt. Ja, also Specials haben wir genug am Start. Also mal schauen, was wir nächste Woche so bringen. Genau. Also dann, wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören. Lasst ein Like da oder wer auf welcher Plattform ihr auch immer seid, sagt es da euren Freunden weiter, der Mutti, wenn ihr keine Freunde habt. Ja, und die Omi freut sich auch. So mache ich das. Ja, wenn ihr auf YouTube guckt, lasst ein Like da, ein Abo da, bla bla bla, Glocke. Ich kann mir kennen das. Für Likes battle. Ihr kennt es. Ja. Gute Nacht. Tschüss, Baba. Bye.